Ich, ja geil, ey, es ist direkt bei mir, ey, Junge, ey, was geht, Junge? Wir machen jetzt einen abgefuckten Nice-Stream von Hatsune Miku. Und ja, zu dem, ich habe jetzt gerade eben richtig fett in die Olde, habe ich hier Geschenke reingepumpt. Es wird ja von einem anderen Video sehen, es irgendwann mal kommt Metal. Und ja, wo du rumgehst, in Hatsune Miku geht es darum, dass wir an das ja jahre spielen, die Songs singen muss, um die Welt zu retten, warum auch immer, what the fuck. Und ja, ich glaube, ihr Songs hört ihr zwar nicht, oh, direkt sieben Zuschauer, oh, und auf jeden Fall, hi, Proxymods, hi, NB. Und wir werden jetzt erstmal mal richtig wrecken, also ich wollte, der Leipzig wird richtig behindert, neun Zuschauer, der Leipzig wird richtig behindert, weil wir haben jetzt unsere fünf Minuten, die fünf Jahre gehen, ne? Und ich würde sagen, Jungs, ach noll, du und Leon Zocker, ich zeige euch gerade nicht. Und wir rassieren jetzt, ne? Paddyboy, hi, hi, Jebi. In, oh, zehn Zuschauer, Alter, alle. In zehn Minuten, Überraschung, alle, in zehn Minuten kommt Highschool.dxt Staffel 1 auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch jedenfalls dann reinziehen. Wird sehr krass, Überraschung hat er es natürlich auch noch. Und er wird schon gesagt, er hat so ne Mikro, in Behindertenmodus, bei Leon kommt irgendwann in 50 Jahren, oh, oh, laut. Ich würde sagen, ich schwitzen ersten Saison und rassier jetzt alle weg, Alter. Ich war durch alles, das Lied ist ein richtiger Drogensong, ich schwöre, Alter, überall Drogen im Hintergrund, guck hier überall Drogen, Alter, voll die Pinja. Ja, 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 es geht ab, Alter. Hoffentlich hört ihr das, Alter. Wahrscheinlich wird das eh nicht. Die Piran, Alter. Wuuuuh. Jetzt werden wir erst mal alle breaken, Alter. Wuuuuh. Die Piran, dann ja noch nicht. Highbrot, die LP. Jetzt geht's ab, Alter. Boom. Ach, zuschauer. Verfilter. Die Zuschauer ist struggle rum. Highbrot, die LP, nochmal. Ah, fuck's halt, komm, verkackt, Digga. Ah, Alter. Hochgeladen. Highbrot, ich lade dich hoch. Grad nebenbei. Falls du es meinst. Mein Gott, ich. Jetzt kommt wieder das Eurokulärm-Schiff. Und es bringt mir wieder ein paar. Motherfucker. Ich weiß, hier gerade das Spiel. Sky, Alter. Hallo Terminator. Wo ich kann ein bisschen konzentriert sich von den... Oh my God, die Qualitätsinterview reicht ja aus dem Spiel zu übertragen. Fängt halt gut an. Ich weiß nicht mehr. Ach, zuschauer, easy, Alter. War da, steht da? Es geht schon auch zuschauer. Was war aus den Lieblingsintros, Highbrot, DXD? Was, also das erste war das, das allererste. Staffel 1, das allererste. Damn, Alter. Wahrscheinlich eh kein Lied, aber vielleicht noch ganz leise. Also, eine Lieblingsfolge in Highbrot, DXD war es jetzt in Staffel 2, die letzte Folge. Ich hab's nicht so gefeiert. Er meint Intro, ne? Was für Danke, Moves. Nee. Dance, also krass, Moves, Alter. Kommt auch eine Folge. Nee, es geht nur jeden Dienstag, weil die ersten Leute veröffentlicht werden, jeden Dienstag. Digga, die Moves, Alter, könnt euch... Clickbait, Alter. Freizügiges Outfit für euch. Oh, schonsteil, Jungs. Chance. Was heute kommt als Kollege Sieb in 10 Minuten, Staffel 1, Folge 1 in HD. War, wenn auch Kiriko, Junge. Nee, Alter. Okay, Kiriko war zwei Schwerte. Naja, in Staffel 1, Folge 1, hat er ab. Meins auch, also. Ich war gerade, ne? Ich war gerade, ne? Schau, ich hab' geschafft. Komm noch eine, ich darf hier raus, das weiß man noch nicht bis jetzt. Bis jetzt nicht. Hallo Justin, hallo Philipp. Und als Outfit war zu dem Mikro freigeschaltet, jetzt kommt's. Ih, verloren, so leider. Oh, Ressogar. Sieht voll scheiße aus, Alter. Ich schwöre. Also, diese Moves, Alter, ist echt so, Alter. Also hab' ich zwar schon durch, aber egal. Hab' in, Agentary, hab' in Clash Royale. Clash Royale juckt jemanden hier gerade, glaub' ich. Ein Mann gibt doch auch was Gutes. Ich will, kann das Intro. Also, das ganze Ding vor. Mach' Videos hin vor, ich will sehen. Ich bin jetzt nicht dran. Ich bin jetzt zuhundertprozentig. Ich verkackert übel, Alter. Aber ich schaff's einfach trotzdem. Dann ziemlich viel sein Werk wieder raus, auch mit. Das Spiel ist voll die Osu-Nachmache. Ist ja wahrscheinlich. Natürlich kommt einer raus, aber es dauert natürlich noch ein bisschen. 12 Zuschauer, ah, man hat zickzack, jetzt geht's ab, Alter. Dicker, voll das Drogenlied, Mann. Überall, Pillen, Alter. Guck mal, Hintergrund, Alter. Das ist eigentlich Drogenlied, Alter. Ja, was, Mann. Wie viel jetzt? Das ist schwer, dich doch mal, bei Kisten zu machen. Das ist einfach zu machen. Vielleicht mal nicht das Rampfen. Ja, was, Mann. Diese Moves, Alter. Was sind das für Köpfe im Hintergrund? Das weiß ich auch nicht. Ey, ich suchte als Kollegs, ist so doll. Was einfach um die Wiese an mir geht's. Nicht um die Brust, mir geht's um die Story, Alter. Es geht beides. Ey, lass mal KW. Nun habe ich die Folgen von das, gibt's schon gesehen. Ja, ich hatte ja trotzdem, dass ich es viele gewünscht haben. Jeden Freitag jetzt von Staffel 1, eine Folge. Hi, Viewer. Hab ich gezogen, nicht so geil. Ey, jetzt kann ich halt so eine Mikro-Teleskop pumpen, Candy und, Gott, was? Primär, was ein Kills? Äh, Sturmgewehr, Pistol oder so. Neonbrüste. Hä, welche Brüste? Kann ich Songs schreiben? Ja, natürlich. Kein Applaus. Du bist hier. Rosen sind rot, Violetten sind blau. Schreibe einen Song und tue es online posten. Hä? Primär, jetzt Pistol, Automatik, was? Hab ich doch schon mal gesagt, hab ich aber zu junger. Ist die gut behindert, denkt euch jetzt. Oha, neun Minuten noch erst. In neun Minuten ist High School oben, oh mein Gott. Der Chat rastet komplett aus jetzt. Nein, ist doch hier. Um Brüste, kannst du den Pen Pen Apple sagen? Okay, warte jetzt. Eiffel, Apple, uh, Apple Pen, uh, Eiffel, bein Apple, Apple Pen, uh, Bestell, wie pienst. warst du als du gestern hast das hier in ein engel ist ich dachte mir ist einfach what the fuck hätte ich schon immer den engel die ich schon immer engel 16 zuschauer fast neuer rekord kommt 17 als neuer rekordjur oder es wird reizen ab tobias mascher hey lol gerne mit waffen umziehen für den primärkissen wach noch mal sturmgewehr oder so oder ok ich prob jetzt hat sie mit naschen voll was sind doch mal automatik automatik pistol und so okay ich muss jetzt weiter voll macht doch irgendwas mit dem feiner person und ich bin gelandet ich bin gelandet ich bin gelandet ich bin gelandet das könnte ich sie geht es machen das buch so was du sonst allah ja keine ahnung als gab es schon immer du mich auch er ist das so das war ich ja sie spielte bei eigentlich also wenn ich hatte mit kennt das ist der jahr in japanen digital also die gibt sich wirklich und da gibt es als spiele von ihr kann man halt die schützen die songs mit der spielen präzise kürz hat schott und präzisend headshots doch das sollte ich nur nur das sollte ich hier haben sie spielen dance leider näher und man knöpfe drückt damit die weiter sinkt und gut sinkt und man kann wenn man sie glücklich machen wir kann man hier scheiße schreit stoppt das war jetzt okay ich stecke jetzt ein kontrapass was immer sie davon hält was ist das okay kultur ich kann ein teleskop schreckt was sie was davon hält schock mal teleskop kommt schock mal teleskop wo es ist das denn es ist auch dieser stück mental ist ganz geil jetzt kommt war sie das spieler ich hab's aus dem playstation store habe es sogar ein zuschauer vorgestern mit 20 euro zu dazu gesponsert dann kann ich gehen aber raus übrigens kostet 40 euro habe ich mein geld und spendengeld draufgelegt nur aber ich habe doch kein so ich habe noch geld für alles gut folgerte konzentrierten aber okay nächste song ich bin jetzt mal mein absoluten lieblingssong ich schwöre ihr werdet alle staunt welchen charakter magst du aus als kohle xia akino am meisten rio ist am zweitmeister als drittmeisten xenovia als er kann man die tonne kloppen mal da die olle wobei nach meiner meinung ach lol jetzt kann man die normal spielen okay das war noch mal spielen die songs wir spielen ja classic das heißt sie müssen uns mit so einem blitz suchen als was sagt ihr was ich nehmen soll ich angel nehmen jukata style oder dass hier keiner choice will entscheiden die ist gar nicht herz junger der folge schönen haare finde ich was sagt ihr welche wegsort für solche nehmen fahrt zu nemico ich wäre eigentlich passt für jukata angel ok wollte es die engel nehmen keine chance af schwanz af akino akino im schwanz keine chance okay frauen die stich war keine chance ihr wollt keine chance auch nur weiß wie geil aussieht aber alle keine keine brüste ist also egal ja zu nemico da geht es um die brüste geht es nicht stimme ich hab dahinter so schnell die was ok loslegen oder das ist ein mit der weiße wird der leon im stream frede nicht bemerkt habt ja ok das ist start war man ist da zu nemico oben in vier minuten kann ich habe schon verpissen hat so das habe ich nicht hat so nemico schon high school ist ja nicht sorry ok es geht aus mit dem song vielleicht hört ihn ja ich glaube aber nicht aber dann leise es geht los jetzt gleich wieder hart gedanzt ok das klasse gar nicht er wollte auch nur herrschen jetzt haben doch noch gut manch gibt es dazu wollte dieses outfit weil die fast nacktes da 15 zuschauer aber gar nicht immer noch noch 53 aber es habe ich die 1000 omg schlitz geholter das geht erst mal 24 st live stream oh scheiße konfirmt 24 st live stream oh scheiße ja ja mach ich auch ja mach ich auch xd ich verpiss mich wenn es on kommt oh ja erstmal ich will ganz tief in mich rein oben oben will mich ficken habt es gehört er will ich bums leider lol alter gepäßig überleg ich mir spaß let's go arsch das doch schon die moves alter göttlich n da bei das wird er ein paar Warten das Mühle am Wörter werden denn er ist mit dem er ist einer hat grad wc smileys wie lange streams doch ich habe kann man nicht streame wer hat lustig 53 accounts zu erstellen ich habe gerade eben wc 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 toilette 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 ja auch mal schaden ich bin auch krank ein bisschen aber nur noch ein bisschen weil ich krank bin um und schaue noch mal und nicht nur im kopf 16 zuschauer freigeschaltet gute besser und dank umo schaum am färg ist hier an alle ferien aller außer wir in bayern fällig ich habe das kostet freigeschaltet los an die am kopf aller der beatbox am kopf all dachten wir sind wieder zu großen schafften fünf stunden haben wir auch auf abruf 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 zu den jahren sagen wie vor haben wir es dann kann gerade ich habe es okay noch bis 00 machen wirst du dumm zum schreiben zu schreiben aufgabe jetzt verdrückt wegen euch scheiß zuschauer vergraben spaß dreimal bloß und ich hatte sonst früher mal gemeckert das ist dann bekommen aber cool mögt ihr leon schreibt sie in die kommentare jetzt kommt es nur so da ist hat er geschrieben ich war es okay haben sie schon geschafft easy mit ständig natürlich zu einfach gespieler da ist er in drake sind die besten drake alter chines debüt habe ich bekommen echo und jetzt ein panda ich bin so dumm zu schreiben hi robita booby king burger ich wollte eigentlich meinen als kollegs die am v machen aber es gibt schon so viele hat sich gerade headshot gegeben in den chat alles meine ich danke für das kollegsiv folgen ja ja ich weiß bitte bitte leon ist ein hus oder einer geschrieben wir haben gemacht ach du heilige seite okay mal ich habe gerade mal kommentar bekommen ich bitte dich dass du dann die vierte stadt hochladen ja auch können wo ich nicht nur die jahre ist besser als die galaxie auch an so ansagt in der moda der wenn ich verarbeiten als gut gesperrt ist die striker es war ich will ganz tief in sich daran das finde ich nett und ich war meine faust so richtig tief in den arsch was irgendwie sicher von 30 prozent verarbeitet sagt jetzt nicht mal videos gesperrt das finde ich jetzt echt nicht geil muss ich aber weder wieder ausmachen neuer rekord alter josh hat abhoben ansage es gibt es wieder beef im chat der bleibt stehen bei 95 prozent orgasmus fack jetzt bin ich nicht mitgekommen alle ein like beim mlg video da lassen 16 also es hat sich mühe gegeben 17 17 auf 17 zuschauer gerade neuer rekord nur der welt schimmer von 90 prozent nur als gut nicht hochgrad erro war vier stunden dran was spielst du eigentlich alles spiel alles alter wirklich alles spiel ich 9 es ist n habe ich nichts neues gleich auf jede neue folge auch gar keine mit pflanzen zu sparen geil ist das für mich jetzt ich kann sich damit scheiße zu sparen jetzt lecker für neue folge auch schon da haben wir dann kackt ab und ich glaube ein weder kackt ab die künftige bei weder kackt ab auch geschehen die oder als sie findet das scheiße sie geben abfotzen Stürwalder Stürwalder Backpack nämlich Haus gehen jetzt abatmen warum und was schon kackt ab bei elf zuschauer mit dein Ernst da kann ich mal machen ich guck mal nach Haus gehen jetzt abatmen herzum geht aus der db bei elf zuschauer mit dein Ernst scheiße in der hand und gibt es mir mache ich alter töte erst mit feuer hat einer geschrieben Ende jetzt muss ich wieder neu hochladen da war es da hängt bei 95 prozent verarbeitung oha nützern ernst wir müssen warten bis jetzt verarbeitet hat jetzt ein paar stunden vc friendship das girl ist ein feier gefällt doch alle das was du ihr gibst gefällt doch alles was du ihr gibst ne das kann er hat sie nicht gemacht eine es war jetzt eine scheiße wollte sie die tolle klo ein schwein ich bin ich bin es auf extreme ich bin es auf extreme mein lieblingslied als go alter ich spiele es jetzt ich sag dir geht es dir nicht los eigentlich wo hat er das geht und ich bin es auf extreme junge oha oha wie schwer es ist oha ich bin es auf auch was denn like wedern geht schatter und schau extrem ich guckte jetzt ich gucke zum dritten wo ich es an wie schwer es ist hallo was eins eins johann also ich hoffe ja das ist schwer was sie dass sie es hat spieler und da fragt diese maler facken muss also bestehende das sind aber nicht befehlend ja das ist ein ja guck mal wie es geht ab geht bei mir extrem alter also leute die ich in jünger und den jahrleisten starten 24 stunden seit mit dabei morgen genau fangen wir einfach 0 0 an was habe ich hier total stark alles super jeder ich mir ein schwein alter wie schwer ist es die das wird ja nie im leben packen da wird er ich sage spiel ist kaputt junge was ich mal seine nummer sagen ich komme nicht ich komme nicht mehr klar und krass alter mussten so krass jungen dagegen schauern wird salter wie sagt stelle gehe ich habe an wird salter und das passt der packt extrem kann man sich mit den seltenen münzen bei den typen der morgen da ist jungen strefft mich mal nicht verkackt voll nein kann man nicht machen hätte ich mich nicht so was ich hab auch gefühlt ja sorry alter nein ich hab's verkackt folge 1 ist oben sagen wir mal mal voll das folge ist um hat geladen folge spiel zu kommen die bekämpfe weil ich guck jetzt die folge ey die folge ist oben um einmal verpissen sich alle von meinem stream einer weil sie die weiß ich meine so ich musste schon sieben aufrufen drei minuten was ist auch schwarzmarkt holen was gesagt das geht das ist das weißen das wirklich nicht ob ich geht erst mal nicht immer ein teppel dran das ist legendär da kann man nicht bei Xur sag ich ja schon vorhin war es was zu hören kannst du mädchen alter ich guck jetzt nicht in den folge 1 kommentar nach mein helden oder halt der mauler lasst wieder an junge ja leider habe ich kräfte die gespielt der kopf 3 mal gucken die folge dann ansagen wo bleibt die der ist fast 1000 abos her ja ich bin geiler da ich bin noch mal schmerziger ich heiße vor also ich kaufe mir lsdn raster aus was soll ich als nächstes editieren keine ahnung das spiel hier kannst du editieren alter junge wie krass ist schaffe ich nicht alter so krass ich suche jemand anders immer so ficken kannst alter das mache ich nicht junge das war doch nicht alles bin ich bin und ich mache da ist alter alter fängt ich schon zu spät mich jetzt gerade gefickt junge gott nenne ich die ich die erste schon wieder habe ich vor drei wochen auf vor sieben herr sorry jetzt mal wählen muss ich schnell sie gestehen herr spitzschmelz sie haben sie alle geil ich freue mich schon meine folge auch mal ist überhaupt hat er aggressions ja es hat er ich bin stark leiser war am besten sagt was ihr wollt in stadt 2 die letzte folgen ist bis aus dem stadt 2 guckert die man will alter schmerz oh mein gott schon wieder holt euch doch berlin series hat's maul war fakt muss ein kommentar stelle stelle bevor es alle machen einsatz fahrt nicht auf dem was er sagt es sind alles bei mir gucken aber kurz weg war es als 1 1 leiter für kunden zufrieden hat ja bin ich alter gleich erst mal sperren und löschen g ja ich bin was da ist das nur ich möchte jetzt aber richtig krass die mehr aber dann muss man sich aber ich bin sie gar nicht im stadt ich hatte ich hätte schon gehört so ich sag es euch das ist und wo es nicht wird so am spiel ich bin wieder am strauss da kann man da machen wo waren wir hast du auch sabaton okay das haben wir nicht warum es mal auf normal coca biel mein kokain alter vor allem ein kokain heißt jemand ja ich bin da was jetzt was sage ich dem angel jokata style chines debüt oder kenne tries ihr dürft entscheiden jetzt sieben zuschauer ganz am heiß dran zu schauen als uns erst sehen ja jetzt habe ich zehn gerade aber kann ja die 17 nutzen in meinem leben wenn mein leben ok ich nehme einfach jetzt so kartas teil könnte ich mal alle die typen haben alle pokémon go hexen das ist nicht krank das outfit deiner mutter das outfit deiner mutter gerne zeit für ein konzert mother fucker nicht das gut die dance alter jetzt ist gar nicht mehr die move dich ab oder kakao ich habe schon auf dem schimmel und jetzt kommt sie mit diesem wc smileys an oh mein gott macht der burning serious werbung alter kein bock mehr aber mein internet das abkackt ich sage euch 34 ich sage euch 34 Okay, das ist legal. Illegal. Ist es jetzt nicht so, ne? Aber... Nein, keinen Finger, du. Grau-Zone hier am Start. Wenn die Kawaii-Bitschen, ach. Und jetzt kommen noch die anderen Spass, die niemand haben wollte, Alter. Ich hasse die so hart, ne? Ich kill mich. Ja, geil, tötig. Schick Video davon, aber dann. Ja, chill. Letzter Woche. Ich bin eine Runde mit dir. Die Monopalle. Tschüss, allein. Die wollen nur Klick. Diese Pitches im Hintergrund. Funkt ganz überall. Das hat so eine Mikro aus dem Spiel. Auch nur jetzt kommt Grumpy, wo es ist scheiße. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt fangen sie es richtig an zu tanzen, Junge. Alter, die mit dir in den scheiß WC-Smiley ist. Ich habe keinen Bock mehr gleich. Ja, und ich habe keinen Bock mehr. Was soll ich tun? Ja, das hätte ich doch schon wieder. Ey, Mann, Alter. Das Spiel ist schon auch so zwei, fünf, drei, zwei. Ich spiele es kaputt, ich habe keinen Bock mehr, Alter. cause'. Er guckt doch, dass sie an die Musik verlässt. Wer so kaputt. Oha 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 wie ich hab nicht geschafft noch mal nur das sehe ich nicht ein Chance habe mich zu schaffen ich sie ja eigentlich jetzt kommen die mit pH Smilies und Banan an wie sich die Antwort ja keine Ahnung gute Frage eigentlich jetzt stellt sich nochmal von vorne ey die mache die ganze WC Smilies ja was euch tun das hat dieses Spiel das ist das Spiel das ist die Meister hat die Versitzel hat von Niko nur noch witz ja Leon Schmelztiegel ist schon so ne Scheiße oh jetzt ist mein Headset leer meine Fresse man kann nicht mal zocken ey ein Moment ey das Spiel ist ja rein so bullshit ey stimmt doch gar nicht nur Schmelztiegel scheiße ich liebe Kot Smilies mehr davon Kot Smilies mehr davon jedes einzelne jeder einzelne Typ der gar keine mehr im Leben hat ich spiel's immer nur mit Harmen kann ey jetzt schick mir noch Pizza Smilies alter ター morning 90 Zeitungen austragen 3 2 j 1918 hat so übertrieben und schält ist der chat jetzt verpackt ist dankeschön ich habe den chat geschrott ist seit jetzt glücklich ich tue nicht reparieren konnte knicken alter bis wasser jadiger lehrer spezialität sind moves alter juli und jetzt und die zuschauer mit ihrem fucking leuchtschläben alter die raste ist recht aus jungen dagegen bin ich im witz alter die musik nicht alles ist richtig abgeladen jetzt kommt die anderen schlamp niemand wollte alter fack war ne ich krieg es einfach nicht immer ein bisschen die schieben die leute schiebe gleich in hier rein nein mal ich verkackere den song wegen euch aber das konzert besser gesagt ne ja ich verkackere so hart ne jetzt hab ich auch noch krank ok jetzt muss ich kurz ich lese kein chat scheiße perfekt weil ich so hochwertige kunst als zu schauen ja ja die musik hat er eh nicht hier läuft was uns geben kommt und jetzt habe ich schon kommen wieder scheiße genutzt jetzt alle spaßten da niemand will jetzt kommt es finale jungs an er setzt sich richtig ab junger und er ist halt die menge als beim jetzt die beim jetzt sich dann die beim jetzt sich dann schmeißen die schirurg ins gesicht oder seine verkauft konnte nicht schalten was soll ich nur davon halten sie wird zu passen am boden der tatsachen ja ich habe ein konzert gegen und geschafft ein watching jorda nicht geschrieben mit augen jetzt fix nicht gleich wieder den chat mal sei sie sich über die großen youtuber füllen okay ich komme ich habe ich komme es jetzt hier mit geschenken folgt passt weiter und maxi die max geschenk eskollektion junge alter ist ich habe kein bock für mich fertig okay jetzt check mir doch ein buch versteckt jetzt auch ein buch und maxis jetzt die max buch eingeschoben ja sie mag es mal gucken euch noch was sie mag ich habe keine geschenke für sie mal ich habe alles hier reingestopft die ganze zimmer ist zugemüllt kein bock mehr die vergewaltigen den chat alter ja merke ich los alle in chat fickt jetzt fickt niemand chat hilfe der ausreichende fucker jetzt auch eine runde hat so nicht so spielen soll ihr gefällt das spiel ist ein einziger what the fuck moment jetzt mal ohne scheiß ok ja wie wir das fanservice ding ja schau mal ins stream ich zeig jetzt mal wie hat es in die mikro geht auch noch alles in sich rein es wird sogar nicht wissen da ja du willst gar nicht wissen sie noch in die rein schieb alter ist junger das schieb ich jetzt ja so bamm jung hallo akbar hat einer in den chat geschrieben endlich der erste hallo akbar schade alter am sonntag kommt die airtag und titaner können nichts mehr ändern erlagbar ich hab gänsehaut bekommen dein dicken kock alter auf jeden fall junge in die ins maul alter schieb es in die rein ja ich hab verkackt ich muss noch mal machen ich kann scheiße noch mal einer trussisch geschrieben leon katze russisch ich bin leider hochdeutsch ich kann nur deutschen englisch aber ich sag einfach sukker das kann ich auch nö jetzt kommen sie wieder an mit ihren toiletten ich hab es in mein leben die sind moves alle gar nicht sind moves junge meine deutsche lehrerin würde sich hier auf alle fälle die kugel geben alter ist echt so ich bin ein mensch die können nicht viele ertragen ich bin sehr besonders ich habe meine älter gesagt sie denkt über den sinn des lebens nach meine älter gesagt ich bin sehr besonders aber ja besonders in den sinne verrückt auch wenn ich dieses meine plädlichkeit nur spiele es wird ja schon inzwischen als ob es echtes das geht wir haben ja als spieler was war das gestern das ist aber auch das ist mit der fahrer kräftig nein du hast gestern perfekt gemacht hätte ich habe gestern hätte gefurzt das gehört man in meinem letzten 6 oder 5 hörte das ich wollte es gerne ins headset da haben wir da machen wir also an dort sie macht auf elsa warum weiß ich das ja wie so elsa nur als outfit so aussieht ist nur fanservice scheiß eiskönig die genaue vergraben let it go motherfucker und neues outfit jungs und girls jetzt schreiben die russisch alter oh mein Gott ich habe das teufel outfit bekommen ok fanservice ist ja back es gibt ausschnitt bei den nicht von den flachbrüsten fliehen mal mein ich weiß dass ich heute jetzt 200er combo geschafft habe sie alle alle schieben ihr ein eiszapfen rein Alter mein chat ist perverser als ich fast Junge fuck hat fast mal drei geschafft in der vorderseite alter das teufelskostüm alter ich war wieder zu gut aber leider kann mal drei oh mein Gott ich schenke jetzt ein ich schenke euch ich stopfe gleich nach zu nehmen ich kann teddybär rein und ein Haifisch teddybär oh ja Blas mal Blas mal Jo ich versuchte was jetzt Wodka Putin Wodka Wodka Putin Kratosky Putin Wodka oh scheiße religionskrieg 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 und rassenkrieg rassenkeilerei hier mach mit oh scheiße Spaß hat er jetzt nicht gesagt jetzt gibt's gleich rassenkrieg oh scheiße jetzt schenke ich erstmal ein teddybär hier schluck meinen Stoff teddybär ja hier schluck jawohl das geschluckt in den Teddy ist Sprengstoff drin nein Allah Allah oh mein Gott oh mein Gott ich spiel sogar mit dem Teddybär alter guck mal ist da ein Sprengstoff drin lass mal reingucken Allah beruhigen sich mal alle kurz wir genehmigen jetzt ist ein Schluck Wasser oh mein Gott kommen die wieder mit ihren WCs alter ich bin Pol und bin stolz ja geil alter überhaupt nicht meine Playstation aus Mann kommt Swords Swordschulduo ey es schreit Mann kommt Swordschulduo ey es schreit Mann kommt Swordschulduo morgen Türk Novin ey Leon nur nicht am Flachwitz der beste Spieler der Türkei Dirk Novinzki Dirk Novinzki Dirk Novinzki Dirk Novinzki Dirk Novinzki ist ein Basketballspieler ich schluck Energy bin auf Adrenalintrip ich auch alter und zwar wegen diesem Chat alter der macht mich behindert Alter ich würde jetzt auch was man was du so sagst ey Ansage ist rausrackt erst mal die Bürgerrein posten nach 5 Minuten ok nächste Saison kommt noch mal einfach ja mal Angel aber ein auf Elsa abonniert mich als Paul jetzt hier gibt's keine Abo Werbung das gibt's hier gleich eine Bombe in den Chat Hallo Akbar Werbung bitte nicht nein alle die keinen Plan haben was sie schreiben sollen schreiben jetzt ein Klo nein jetzt kommt die gleich wieder mit Klo an nein ne ich bin gefickt Junge das ist dein eigenes Wert ich kann dir da nicht helfen sie posten Klo rein ich sag's euch abonniert mich ja ey es hilft da Brunnen let's go mach mal den nächsten Song mit 10 Zuschauern alter ich hab keinen Punkt mehr gleich ich nehm gleich einen Scheiß halt guck mir die Black Bulletin 30 Sekunden an mit Nicolas Cage alter ey Russe ich stech dich ab aber gleich gibt's Rassenkeilerei alter wie heißt das Spiel ich bin erst 16 Sekunden dabei ich spiele es hat seine Mikroprojekt die war X aber alle Moppen Kevin let's go jetzt gibt's richtig krasse Moves alter jetzt denkt sie gleich wieder richter Pass auf muss ich kann wahrscheinlich immer noch nicht aber ist egal aber dann nur leise noch 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 10 11 12 11 11 12 12 14 14 14 15 14 20 15 schlecht von anfang ich heiße kevin warum ladest du boku no pico man lädst du boku no pico hoch ja morgen ohne witz weil ich mache das tausend abo special boku no pico alter ich finde es geil du bist auf jeden fall was ein richtiger anime ist boku no pico no pico sky erstalt an der euphorie das elbe was kappa hoch muss deutscher maul eifatik einfach wo sie aber auch auf sie sind weltweit abgefahr scheidert es wird aber jetzt wieder sie ist kennen nur für uns los abos feste das was sie macht ist eine handzeige die red nämlich bitte aber hat wir brauchen auch schmerzige schmutzend ein schwuler entteil würde ich feier nicht habe alle videos geliked zumindest als kollektiv weil ich schwarz bin weil er heiß gewollt am liebst wollen es jetzt alle folgen oder gibt es doch nicht auf deutsch ich habe auch schon staffel 4 nicht was habe ich nicht leider bis das beim arsch alter ist das vom arsch von kartmann ist es nur habe ich schon leider nicht einfach so viel los ich wäre so neidisch wie neidisch was meinst du da rian fertig ist ein bisschen gay ist okay er kann gleich suchen ich kann ich nicht leon ist passiert war jetzt als kollektiv die anderen folgen hoch heute sogar schon fast am 20.30 der sogar schon schreibt auf die fette stoff wenn das liest ist doof ja ich bin doof gleich wenn ich noch so eine frage lese der sagen ich schon sieben milliarden mal gesagt wirklich in jedem facken video kommt hat weil kommt die nächste folge legt mehr hoch das durch die ich glaube ich hatte mit einem song buch zu und mit einer action figur was sie was sie will mein gott wann wird die dann abgestochen alle wollen es hat mich auch geschockt wird und ich hab auch dir okay es wird sein hat so eine mikrofe frisst frisst in teddybären ich bin level 2 liebe ich bin liebe level 2 sehr oh mein gott das ist jetzt finden guten abend das sind die nachrichten wir haben ein neuerster was ein deutscher der reichnungs das ist und klatschen wir haben hat sie die mikro gratuliert mit alle wie die auf geht die echte shopport du bist an die das spät ist und die mir geben du bist nicht mein sohn bis zumal so nicht schon geht Leroy, geh mal kurz mal in den Stream rein, das ist wichtig, geh mal kurz in den Stream rein, das ist wichtig. Guck dir an, was die Macht die ganze Zeit macht. Die Macht ist, siehst du das? Dass du da noch nicht verrückt bist. Guck mal, was die ganze Zeit nicht macht, Alter. Warte, 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 warte. Wer ist das Video? Wer ist das Video? Wer ist das Video? Kannst du SA hochladen? Nö, macht aber Leon Leon, lädst es SA hoch ab heute, okay? Okay, hab gemacht. Also BlackBat lädt es auch. Staffel 1 oder Staffel 2? Staffel 1 oder Staffel 2, schwarz. Pukiloki. What the fuck hat sie in dem Mikro-Sent? Ich hab die ganze Staffel 2 mögen Staffel 1. Ey, halt geschrieben, what the fuck, da ist alles gut, ich sehe Staffel 6, what the fuck. Ich will Staffel 6, hat ihn Anfall, hat sie in dem Mikro-Anfall, Hilfe, holt die Krass. Ich bin ein Piener, guck dir das doch mal an, Alter. Wie die abgeht, Alter. Also hier geht's an die Anfall. Komm mal, wie die Anfall, das geht. So, ja, hat sie hat einen Anfall, Alter. Und das ist egal, Akeno, Rias, Akeno. Das ist ein Fluch. Sie sind ein schöner Schmetterling. Sie landet gleich, pass auf, sie landet gleich, Alter. Ich bin gelandet. Sie sind wunder, 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 schon aber kaputt, das Schmetterling. Uuuuh. Pidi, ach, geht. Ich hab gleich keinen Bock mehr, Alter. Man sieht die gleiche eisgerte Welt, all diesen Schmetterling. Nö, das Schmetterling, Alter. Ich heiße Helga. Ich hab' dir gedacht, machen wir nicht so sehr. Guck dich zumal an, hier ist doch nicht normal. Welcher Mensch macht so was? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und ich hab's. Du bist du, du bist. Guck' mal. Ich hab's. Guck'd oder im Internet, ne? Guck' doch mal. Gericht da. Gericht da. Gericht da. Ich hab's. Das ist schon für eins hochladen. Töte es mit Feuer, automatisch, Arbeitszeいたes. Alloß war zu dem Mikro. Das war ein. Mach einfach alles. war auch den film auf alles machen tor gleich spiel nebenbei hochladen es ist schon lange nach 30 uhr ab ins bett kinders als alle ins bett kinders ist feierabend hier morgen schule außer ich bin gerade ein minderter mensch macht sowas hat so leckungsbilder guckst du da war ein junger die macht es einfach so werde ich mit der rede stefft vor der rede ist es mir sowieso wenn ihr in die kasse rei geht euch nur den kannst du immer eins sagen wenn es nicht gibt kann ich nur mit deutsch untertitel hochladen und es geht wegen audio wird deutsch also ein tipp der deutsch videos aber der ist auf krieg aller jahr zu nicht auf krieg aller guck mal doch genau hin ja da seit elektrisch zu haben war das ist ein schreterling aus dem spiel das ist ein schreterling aus dem spiel okay ich war es mal weiter damit die aufhören mit dem crack anfall das geht ja gar nicht hier okay jetzt stopp ich die weiter zum mit es gibt ich noch ein songbuch sie will das tröger der schafer reibs kreis schiebt sie ist eine pussy aber die fk kreis zu verwechseln sind ab ins betten jetzt geil sie wird es geil sich hier mit scheiß zustoff oder jetzt den ist die ab als hat okay die eine fort zu sinken die andere tanzt rum die muss alter ich möchte spielst krank alter kopf zuwand das ist für Psychiatrie kranke gemacht worden junge japaner also die können mich gleich alle mal der einzigste der aufsatzte gestern wenn man glauben die kreise ich auch nicht schlecht das geht selbst zu haben um das hat sich im kreis die städte durch mit seinem leben das hast du gerade die städte durch die kreis an deinem warte ich schau mal ich komme nach vor allem falsches schirm ausgewählt aus deinem live schirm anschauen vor allem erledigt ist und mir lebt youtube warte also er macht es mit den jägern aufs gesehen und ich liebe singende trotzdem vor allem die braunen geil kassel ist alle fähren haben die schweizer sind ich habe eigentlich gar keine fähre noch nicht die schweizer da er in so vieles mal hätte ich auch es ist immer als königin alter und behindert sind leck mich am sack aber auch nicht was er aus uns geht es ja nicht er ist ein deutscher das ist ja das ist ja die meinte man sich okay nein der ist wo ist der hin der am Rand der Verzweiflung um oder schon da hat sich gleich wieder da ist er gleich da ist der Strecke ver der Drohreiter und wird dessen und vom Baum St es war deutscher Blut ich komme ich komme ich möchte auch von den Jungen Das ist echt so geil. Spüre den Nazi in dir, meine Kameraden. Meine acht deutschen Schüler. Und Alex, das ist nicht homohaft. Das ist voll homohaft. Das ist ein großer Unterschied, stimmt's Jimmy? Ja, ich kann Englisch, was? Gut. Ja, so gut wie Jimmy Englisch kann ich. Da können sie versetzt, die Amerikaner und die Britannien verkaufen gehen. Krass. Also, Englische Spiele sind kein Problem für mich eigentlich. Versucht einer nach Schwänzen zu suchen. Ja, wie man der Afrika. Warte, was ist denn der Afrika? Gibt es das? Nein, meiner. Strona, jetzt läuft wieder Amok. Ich hab euch keinen Bock mehr, Alter. Nummer eins. Bing. So. Nummer zwei. Drei. Jimmy zähl mal mit. Drei. 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 Vier. Oh, 59er-Bus. Vier. Fünf. Noch ein paar Typen. Fünf. Oh nein, Leon, es ist passiert, jemand hat geschrieben, man kommt Folge sechs. Nein, es ist schon wieder passiert. Sieg ein, Alter, hat er geschrieben in den Chat, Alter. Jetzt wird mein Chat narzisstisch, Alter. Fünf. Sechs. Mein Chat war nur diese Frage nicht, ich. Das finde ich nicht mal ein, Alter. Das ist nur schon. Sechs. Bin bei sechs. Lacktreditszahl sechs. Er ist aufgaben. Er ist aufgaben. Mein Opfer, mein Opfer, mein Opfer, mein Opfer. Mein Opfer. Ist mein Opfer. Du Jude, oha. Jetzt werde ich jetzt Jude beleidigt, Alter. Ich glaube, ich alle in den Ofen, wenn es so weitergeht, Alter. Sieben. Sieben. Werktiv zwei, sieben. Adafin, da haben wir noch ein ganz bisschen mehr und du hast hier eine Million Abos, ja klar. Ich kenne das, wenn ihr den Spiegel schaut und seht, dass die Seife eure Arschritze runterläuten. Oh mein Gott. Mein Chat ist durch. Oh, habe ich auch schon. Ich kriege immer noch doppelte, Junge. 9. Cool, wie das ich fertig hatte. Danke, Gamer. Es ist mir sehr am Herzen. Ich kriege sehr am Herzen. Ich denke, wem die Herzen nicht. 10. Wem noch 10. Aber trotzdem, ich muss nur nicht, der Ding. Ja. Jawohl, mal drei. Ich habe es doch super geschafft. 11. 20. Oh nein, jetzt kommen wir mit ihren Toiletten und Fußballen an, Alter. Okay, ich habe Scheiße, mit der ich dazu, ich kann wieder ihr Scheiße zustopfen. Hier funktioniert eine jüdische Kirche. Tür auf, Granate rein, Tür zu. Oh, 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 oh. Geil. Ich habe nur mit dem Spruch, du musst dich mal merken. Ist echt so. Überall ist das einmal so, Alfred, und ich habe immer wieder. wie kann man steh auf wo kommt die lache ich kann wieder poppoms nachschieben das game herrs wird ja ich habe keine playstation wie april und die welt zu retten müssen aliens ficken wenn die meisten asylanten auf das mittelmeer mit ich mich machen eine petition was das für ein spiel ist voll abgefuckt das ist geil alter ich fühle das wohl ist aber mein video hat vier dislikes ich raste aus wie seit einem video für das lag sich gar nicht einer da ja ich hab ins gleich heißt das mal die x66 es ist verboten juden anzufurzen jetzt es verboten und anzufurzen der ist so gut und anzufurzen einheitlich ist weil ich sie 6 6 6 erfreete eine millionen subscribers der geil das war schon mehr im drastokoppa ab die bürgerin steht auch auf mit dem herr okay wir haben die kreissel kommt jetzt kurz hier als sie sind kreik stand alter ein neues lied war gespielt als was so wollte das spielen soll streaming hart hober stream auf mrs pumpkin babylon oder power ranger song amazing nice how much is it was it was in fünf tagen gerade für sich habs gemacht ja easy alter bei mir ist gerade englischer typ drin hat es kann eben hat so eine micro playstation wie ein gespielt alter ein zauberst du schon mal doch ein ziel und zwar auch von japan münchen nach können bei mir weiter schaute haupt das ist aber nicht mehr weiß dass das abonnenten ja und weiß was es gibt und sagt dann ist es auch voll hoch er sich das auch was sehen wie leider kommt diese songs schüttbar nene 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 nirgendwo nachher kämpft man im ok war es schüttbar ihr kriegt schritten hat okay die wollen schritten hat lehren total schippen okay das ist quirky also ich frage ich wieder solch running micro anziehen ist auch ein bisschen zähes kopisch wieder bis später dann könntest du mich feierst wir als kollektor solch running micro anziehen die möchte gern heidi oder high fever entscheidend wieder nötiger sich aus wie krein tante alter für die preis account vor sechs schwertig zuschreibst du es mal ich sehe 66 das besetzt für die preis account wurde gehackt und der abonnenten wer jetzt auf mich vertragen ich werde zwar die cutie beater die forderheit auf der spurs die max okay cool kann sein ich gucke an fernsehen ich werde einfach running micro keiner sagt ja was sondern auch kurz bonus rein klatschen wie begrüßt von obama weißes kleid anziehen und obama eine tasche mit gar mit gabeln geben ich habe die maske vom black bullet hat sie nämlich kommt schnell stream warte 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 und ich bin mit vor sie zwinkert uns zu zwielfcke mit uns ich habe keinen pc rührer hochwertig das spiel kann was mein kollege schaut sich gerade boko lopiko an der geil wieso bist du sogar ja keine ahnung das weiß ich nicht das musst du mir sagen ich möchte ja nicht videos melden wegen übertriebener geil hat ja geil gealter muss bei euch mal für so eine funktion einer was am ende eines regenbogen der buchstaben mein penis alter obama was gilt transfering black cock und black hat es mal ob aber habe ich gekillt steht hat jemand geschrieben auch können mit dem song starte mit dem neuen song ich bin gespannt was jetzt der neue song ist das heißt jetzt kurz schwitzen das heißt nicht von welches kostet nicht lese die geister so scheiße alter dass da so ganz rot steht und man kann einstellen ja irgendwie bei übertragungsanstellungen keine ahnung hat sich auch mal gemacht übertragungsanstellungen musste gucken und nach der zuschauer oder so er ist so geil alter erst mal eine koks ziel alter geil ist denn sie wieder aber da anziehung ich habe keine fähre ich bin eigentlich krank ein bisschen so wie ich in der schule kennen wir diese sportlehrerin die sich so richtig extra richtig pervers anziehen alter von da habe ich meine schule das ist richtig krank wo sie ist einfach hässlich das ist es einfach die schafft einfach nicht so verdammt nur noch mal muss alter ist echt so komme gleich wieder schnell tobias muss schneller fett junge die dance alter ja mal alle kennt das alter wenn die typen das wort vielleicht schaffen dass ich bis zweitlich wurde fünf sehr verletzen habe das ist nicht weil wohnung und pvp die ganze Zeit nur killen lassen oder wir spielen ja von dir kreuzgegräuze schwuler erkannt aber dann theoretisch sagen darfst du nicht zu 30 zu 0 gewollt muss ja auch mit der kampf die steht das ist ja das Problem aus wenn sie so oder so nicht hinkriegen das weiß ich werde versuchte es leiten und wenn ich sagte könnte muss ich auch rein machen oder das kostüm wo wie cool ist das denn hat sie nämlich konnte rote augen alter es wird super sehr schön alter hat das gesehen gerade sie ist super sehr schön jetzt black sein schön wie ich auch sagen würde die ist einfach pack super sehr schön alter ok song vorbei sie wird super sehr schön rosen und da ist er für den enten anfall doch nicht ja ich habe ins da ich heiße das war die x666 hier sind wieder scheiße zum zustopfen geil ich muss mich eigentlich mal abreden nein leo nein es ist passiert jetzt wieder ein anfall ja ich habe früher black ops 3 gespielt aber ich mag das spiel nicht mehr nein sie hat einen anfall nein sie hat einen anfall guckst du doch an alter stopp mann leon anfall lässt man voll ich habe ein bisschen die tipp so jub ist zu melde system kohle deutsche trinken mich afrikaner kakao nicht so kein b o 2 bin ich seit cd fern ich verbrenne mich gleich an meinem handy es kommt ich glaube mit einer betriebenen göttlich geil hatte wird wird heißt ja ich mache ein handy geiler okay erst mal die zustopfen kommt ich glaube ich voll jung kommt ich will jetzt nicht gar nicht scheiße ist die bühne vorzulter ich gebe gleich gar nichts mehr dumme kuchen okay ich check das outfit eigentlich gerade gar nicht das war genau gucken bender effekt jatsch aha lassen wir es einfach mal an silbermedaille nö kriegst einen punkt ich mache mal die blackbullet maskare nicht gehen die achte klasse ein jude und ein deutscher gehen eine gascard wer gewinnt der kunde er hat halt im vorteil ihr macht bei der streams ja ich war auf ps4 da gibt man einfach eine taste verbindet sich ende so einfach ist das was ok das sind wenn wir da heute kürz wir haben jetzt so ich habe jetzt und unter da unten immer wo was bei dir steht immer so hin stimmt die die bergsteil die bergsteiger tappen bei den sind am start mein ich will so ich Hyatt die 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 ne die bockses mikrofäcker btc h geschrieben oder exakt einfach mal an gut erklärung das soll das anleitung schreiben sie kriegt von son goko a karottenkuchen eine gängige dama in ihrer wagen ja ich bin der gängige dama von dir nein nicht schade es hat wieder crack anfänger jungs es ist wieder soweit diese muss alter Schreibt mal, Chat, ob ihr Musik hört Wahrscheinlich nicht, aber ich frage mich trotzdem mal Und ob ihr überhaupt was hört Also, außer die Tast, natürlich Das Spiel ist kaputt, ich hab keinen Bock mehr Mach mal Minecraft Let's Plays Ich hasse Minecraft Hey, jetzt kann man morgen mal Minecraft Let's Plays machen Bitte fragen jetzt hier nach dem Song schreibt Ich muss mich gerade hier konzentrieren Aber ich kann es so verkacken Ja, lass mal einfach aufnehmen, bist du dabei Nee Ich war Ich bin morgen richtig gefahren und so Die Musik bei dir seit Wann höre ich es voll Ist denn bitte mit mir, der Herr Ich höre schon Ja, ein wenig bisschen Nur die Hilfe, ich schreibe Nur die Hilfe, ich schreibe Von hier Ist der lustig krank für dir Wie macht das denn? Bitte klicken, Alter Ah ja, guckst du, warte mal Ich spitz extra für den Ah, verkackt, warte Fuck Und alles, guckst du, freigeschaltet Und ist nur normal, Leon ist nur normal 50er Combo Ah, fuck Hab verkackt am Ende, egal Habs geschafft mit Sternchen Easy, Alter Am Minecraft gibt es halt vorgesehen Einen neuen Sex-Mode Oh geil, Sex-Mode Ja, lass mal ficken, morgen Minecraft Jetzt, ich kann sie wieder mit Scheißes Oh geil, ich hab sogar russische Also, ich bin morgen Ja, vielleicht Wenn Sex-Mode auf PS4 gibt dann go Wann kommt eigentlich die neue Hasko, die ich sehe Volker Nein, Leon, das ist passiert schon wieder Nipp Hatsunimikosch sagt gerade aus Nippels Ich will Nippel Wieso will die Nippel, ist die lesbisch? Die wurden einer vergewaltiger Katze oder Hund Ich bin eigentlich eher so der Katzentyp Aber ich ne Katze, aber nicht hier Leon Ich bin ne Pö Nein, nein, Leon Nein, nein Es hat nen Anfall Nein, nein, nein Die ist schon Lüger Es hat schon wieder nen Anfall Es hat schon wieder nen Enten Anfall Was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn Was ist das denn, was ist das denn Sie will deine Nippel Ich liebe sie Ich liebe sie Leon, sie hat nen Anfall Hälte, Kekse Hälte, Kekse, Hälte, Kekse Du musst dir vorstellen, die sagt Ja, ja Warte, warte Jetzt Sperma Spritze Ja geil Sie ist ja ne Lesbe Ja, merk ich langsam, Alter Oh geil, Lesbensex Eigentlich ist das so ne Mikro wirklich ne Lesbe Wenn man den zweiten Teil gespielt hat Tut dem Intro Hat so ne Mikro verküsst Dann versuch ne Mädchen zu küssen Sie will ich Theorie Aber es gibt richtig coole Hentai Wo ist die Richtigkeit Den Schwanz Was Ich mach jetzt weiter Erstmal mit Geschenken zu pumpen So wie wir es kennen Hier erstmal die russische Scheiße In der rein stopfen Oh ja, sie mag es Sie mag es Es gibt mir Drogen Jawohl, ich gebe jetzt Drogen Hier Russische Drogen Bist du auf die Animes gekommen Mein lieber Kumpel hier namens Black Battle Hat Ja Hat Hat mir den Weg zum Himmel gezeigt Er hat mir gesagt Schau dir mal als Kodix Sehr an Ist so ja, okay Er ist folge Ich würde so gerne Brüste knept Ah, ja, ja, ja Ich bin schon Ich bin schon, wir reden zu über Animes Also Was ist das? Ich bin schon Schau dir, er heißt Oh, euphoria, schön Becken Die allererste Frage Passt auf, Leute Was ist dein Lieblingsanime? Hat er gern? Hat er? Sie sind ja, mit der so Dort, genau Hat er? Hat er? Mein Lieblingsanime ist Akino Ist das so Akino Nein, jetzt strickt die auch noch Jetzt tut die stricken Pony, ich hab keinen Bock mehr Die tut jetzt einfach stricken So, siehst du da hin und strickt eine Runde Ja, sie hat jetzt Handschuhe gestrickt Kannst du mir gleich geben für den Winter Ich gucke dir mal die Lesben, wo der Zentakel-Monster-Hentai ist Zentakel-Monster-Hentai Ich gucke Leute, ich mag Kinder Ich mag richtig viele Kinder Oh yeah Das, das gibt wieder Schlagzeilen Leon, Nico, Schaut-Loli, äh, Leon Jimmy Schaut-Lolikons Man ist denn, ich sag nur Euphoria, Euphoria Ist geil, nichts genug Euphoria Man ist voll ernst Mag seinen Tag, äh Ich auch Nicht voll deine Meinung Okay, Chad, was jetzt soll ich Humorous, Stream of Miss Pumpkin spielen, Babylone oder Power Rangers Ihr dürft entscheiden wieder Ich schwör, ich bin grad so fix und fertig mit meinem Leben Ich hab so Hunger grade Ich könnte jetzt einen Berg fressen So richtig so Ich bin gleich wieder da Ich tu kurz meine Küche ausblündern Bis gleich, alle garten Thosechi-Mussle Vielen Dank. 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 Hi, Fox. Fox, das Spiel ist du mit gesponsert hast. Müsst ihr mit? Ich bin jetzt gar weiter. Ich hab gerade voll Hunger, nämlich... Müsst ihr mit... Müsst ihr mit... Müsst ihr mit... Müsst ihr mit... Okay, wir singen als Power Rangers. Schieb dir die Bananen... Die Forze will... Ich bin jetzt... Müsst ihr mit... Müsst ihr mit... Okay. Okay. Oh Gott, der redet ein Junge. Ich bin... Ich bin beim Kackengessel ausgerutscht. Oh yeah. Müsst ihr mit... Müsst ihr mit Katzen in der Hand? Müsst ihr mit dem Marken? Ja... Müsst ihr mit Katzen in der Hand? Wieso? Müsst ihr mit Power Rangers? scheiße die verspüren der mutter und sohn und abzulecken ganz leistungs durch mann was wir nicht warum hört man das spiel nicht ja weil das musik ist und das ist geben aber es macht die pc automata jetzt ein bisschen glaube ich vielleicht ein bisschen wenn ich anstrengend aber ich habe eine idee warte mal ich mache jetzt leider fernseh sound an es hat ja vielleicht ein bisschen was als als Nutsch die gleiche den Färmern ich schwöre wer hast du es ich habe sehr wir haben auch die Muster und wir hatten eine zielte er ist am liebsten aber das war es gar nicht mehr oder doch wir werden als ob er war das gab ja natürlich auch feier ist sie jetzt hier haben das spiel hat mein leben jetzt gerade zerstört aber kurz wie lautet es war bei einem hohen in der Händel jetzt in der Scheiße einschieben sieben sie schicken auch treibt der Kirok oder nicht wirklich nennen wir die Forderung ins Arzt er ist in der Nähe auch scheißen ja okay ich mache es auf 20 schon hat die fresse auch jetzt kommt die alter historie wahrscheinlich auch so nötig haben die pfeife youtube alter apos gegen ksv kreis kassist hallo black king schweiz 1 schweiz hallo was schweiz schwuck, alter wieso wieso ich dich einfach zum minuten die sende aus dem kitzel alles fertig ist echt so das ist ja so gut und so gut sind auch so lehnt man sich mal ein Korn zu werden direkt doch endlich bei der jahre jetzt geht die mann der jahre sie sind die Hälfte da wer mit geschenkten Zupport war da jetzt gehört euch alles tut jetzt richtig verpumpen war mit Skoda schluck 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 ja sie schluckt Kambi Santofi wie die Veganer mir geht's kurz die Stream nicht mehr ich habe es einmal die Garen gefragt wie so ist sie in Bördern die Veganer hat er gesagt ja achten da nach unten die Dimmts Kippesplons nur am nerven das ist geil eine Badewanne englisch sex deutsch geschlechtsverkehr gleich eine Badewanne 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 ich habe eine Idee wartet mal kurz ich habe eine Idee hoffentlich geht da nicht das Stream aus warte manchmal mal kurz was man kann nämlich wenn man seine Sprache von seiner PC auf Englisch stellt ok nein kann ich nicht machen leider aber wenn ich alles auf Englisch umstelle die ganze PC kann ich eine Stimme vorlesen lassen meine Kommentare wie bei Tatswort kleiner als kleiner als kleiner als kleiner hab keine mehr hier könnt ihr Bruder Jo Alter wir sind hier 19 43 ich weiß es ich geil bin ich bin aber auch geil hier das ist der Unterschied der Wesen das war bei Wesen komm Scheiß drauf hört doch irgendwie und ist es heißt ja auch nochmal weiterspielen 1 die Grenzen er macht es da diesmal Elgin Schauspitzel mit Deutsch ein Haus ich mach's nur noch ohne Giri 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 Giri und Giri ich finde in einer Stelle sehr erotisch vielen Dank sich das jetzt ist das was das was das war ganz schön das man kann ok er ist das ist weiß ich nicht genau so und geht was er gemacht hat bei Schweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschwein schweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinschweinsch haaa hallo ein Schwein jetzt eine konkurrenzера 18 er macht nicht 3 Hoy pool gibt hat zu Grafik hatzog dye Anhörsel dasत Kette 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 Katze Kette Ahrit Kette 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 plump Alright Koko bing das geist ist irgendwie männliche stimme obwohl es ein frauenspiel ist wo frauen singen ja das ist eigentlich für kaito gedacht war es deine oma ja hatte keine brechstange rausgeholt kann ich ja mit aller kinder das wasser 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 beslevt mit wasser 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 spielst kaputt haben ob man das und geschließt nicht ich habe das kostet bekommen gogo power rangers alter ich habe ein paar rangers kostüme what the fuck habe ich ein paar rangers kostümen hatte sie ein melonen schwert ein melonensaft alter muss ich gleich schmieden hatte und es ist gleich sie sind ich bin ein paar rangers alter oder es ist nur und sie haben sie wollen beziehungsweise ich bin aber länger werden Power ranger im Tisch und Trinken Fusschen Leitungsjahr Quinten Krebs Anerklüter im Dienst und sie sind gut so wie ein Stoffen die Anstoß ein Englost fragen Bärzberg-Bärzberg-Bärzberg 1,1,1 und 1,1,1 1,1,1,1 Pokiloki den Chat gerade zerstört. Guck mal den Chat hat, unternd wie abgefuckt dass er aussieht. 1000-F Kushler monkeys yllt und nur Okay, sie will spielen. Okay Hier Ich stopcke jetzt ein Postern in den Hals, Der Jörg Wahnsinn, Scheisse sie wollte ein spielzeuger ich habe ein poster gegeben ihr kriegst ja hier spielzeug spaß spielt sie sogar mit der scheiß guck mal das ist junge das ding ist größer als die reiztbox ist erkannt haben aber noch gut aber noch kommt aber noch kommt am an der kohle und das ist ja gut bei den streamer als er die machte aber der kreuz wird im linken der der kreuzige aber der kreuzige aber der kreuzige schlager als keine gespieler gehalten Ab und Ab und Ab und Ab, Ab und Ab... Wie ist das... und dieser Spitze der Wettbewerb zu finden die Wünsche an ein Beispiel das ist meine aus dem Spielern wenn willst die Klinik der Spielzeug es ist weit meine kamera hat eine neue song erwartet uns ich hab keinen bock so aus geht's christmusik normal warte ich hoffe ich schätze es haben wir auch mal gleich es ist etwas meinten auch zu uns bei den sie sind es gibt ohne herzen bisschen ohne rote wappen zwei das schickte rechts das meister hat das ist weil die mit zwei augen ziel alle beide augen brauchen so schnell das geht alter denkt sich so gut ist ziemlich und trauriger weiß es nicht ein der einen typ der kattischen mit zu gucken denkt einfach wird gesagt und das neue und meine kraft wird an welchen Der andere, der gerade weintut. Der Schreie, der Schreie gerade am Kack ausgerutscht ist. Gönnt ihr Antidepressiva? Der Schreie, der Antidepressiva. Der Schreie, der traurig ist. Der Schreie gerade denkt sich, oh shit man, wie schnell geht das? Der Schreie, der lacht und denkt sich gerade, oh, hab ich das in so einen Haufen gelegt? Der andere, der Schreie denkt sich, okay. Der andere, oh Gott, mein Penis ist schreit. Der andere sagt, oh nein, mein Schwanz. Der andere sagt, ey, das ist mein Schwanz. Der andere sagt, was laberst du eigentlich? Der andere sagt, das ist mein Schwanz. Das war, mein Schwanz. Und das war, mein Schwanz. Der hat Prokologie wieder den Chat zerstört Scheiße. Diese Moves, Alter. Können wir. Andere gelächelt, wenn das ein Schwanz und ne Feuerbrille hat, das hat bespätet mit dem Unterricht, der geklutscht wird. Und dann ist das so nicht komplett. Der andere wird verrückt. Und steckt seinen Bruder zusammen. Der andere denkt sich, oh nein, mein Bruder wachscht. Das ist ein König. Und dann denkt sich, oh nein, mein Bruder hat den Schütte gebetet sein gegeben. Der andere denkt sich, ja, ich bin Teufel. Der andere denkt sich, scheiße, ich bin Teufel. Der andere sagt, oh cool, ich bin nicht schnell. Der andere lächelt und so. Der andere schreibt das nachher mit dem Minus zusammen. Der andere denkt sich, okay. Der andere sagt, oh, hallo. Der andere sagt gar nichts. Der andere guckt nach rechts. Das hat so eine Mikro-Projekt jeweils, Mann. Geiles Spiel, Junge. Eine so Frau, weil sie hat eine gesagt, Alarm war. Oh, neues Modul. Alles hässlich. Ein anderes ein Kind. So. Ein Nigger starb in seinem Haus. Chicken. Man, okay, jetzt jetzt weiter. Ein Kind mit einem Essgeld. Ein Mädchen? Weiß ich nicht. Ein Vater, eine Mutter, eine Opa, eine Oma. Eine Frau, die blöd guckt. Die kriegen die eigene. Die keine Hobbys hat. Die Prinzessin. Katz. Äh, Katz. Ganz ehrlich, ob die Katzensweine scheiße ist. Ich bin jetzt depressiv. Chicken Wings, Alter. Die sind Illen. Ich hab's geschafft, Easy. Dorn. Pensier, Alter. Hä, ist für die Scheiße! Hallo, Alabau, ich stech dich auf, meine Kui. Dorn. Dorn. Was? Ja, ich hab's jetzt zum Einstechen bekommen. Die Krippseien nicht da oder was. Scheiße. Oder wie das geschrieben wird. Strichten, Wasser nach unten. Sprachen. Kuss ins Ohr. Augen nach links, nase, Purple. Hm. so mehr und eröffnen dennoch um zu scharfen der Kanenten Modus drin der Gast und geschickt zu Punkten komm er hat andere paar bestanden Gettel geben diesmal doch so ein Bild Scheiße 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 für CBC und schütze die Kursche Flusslager und der Ostkopf Schmerzen das ist ein bisschen mehr da habe ich kein bock mal das geht ja hier keine kur hier ich habe ich bei ins jetzt ein jahr ich habe auch das ähnlich antwort nach dem stream mit dem haus und schulden mit dem haus und hat die antwort 13 minuten der bildung andere dort gab eine idee Die andere zeigt die Hand nach oben und hat aber eine Kawatta. Die andere, ich denke, die wird gerade mitten bei die Backmassiert, hat nebenbei Hämtern. Die andere hat einen Kleinsen an und wird mit dem Haar so schreit. Die andere hat die Finger nicht und die Finger nicht abkleidet. Ja, so müssen wir Story Mode spielen, ne? Das eine ist es, es ist sicher die Prozessen, wird eine Hose an. Die andere ist ein Zug, sehr gut, aber hat nebenbei, ähm, das ist so japanisch nicht. Die andere guckte an, die andere guckte, die Kinder mit anderer Lachen an, sauberer. Bro. Ey, diese verfickten Smiles, ich krieg gleich Krebs, alter. Okay. Antaschen, trocken, trocken, schweife, scheife. Ähm, das ist so hart. Trägt mich, ähm, dritten Stift. Leon, ich hab jetzt, Leon, ich hab jetzt den Grund gefunden, warum hast du eine Mekum-Wirklichkeit, ne Ente ist. Ich hab nen Enten maulfrei gescheitert für sie. Nein, ist das nicht. Nein. Weil ich direkt, Alter. Es ist die Ultraharte Ente. fünftes mal fünf herzen morgens herzen mit dem pfeil wenn man wird immer reingefahren und die mann bei ihr pärchen kommentar füße was zur hölle ist das was soll ist das wie ein spiel bis voll weit hinten ich werde mich durch mal vorgehen es geht weiter mit dac fester hafen fünftes rohalla andere weise ist nicht schwein zum kuh wildschwein zebra was ist das schaffe turner elefant fangen da in blau boge gibt es kürzen gibt es kürzen dass du kann ausgutzen gibt es da was mal kommt stehen wir uns an haben schlange schutzbrüte auslösen nach wiener um er macht es aber ist überhaupt ein besseres weder alle haben sie hat uns mal insofern mehr was ist da wohl ist hallo machte da das ist von zwei langen wo hallo mit einem Teil 1 Teilzeit so es wird schon er hat oder? so wir haben wir können wenn wir sind 8 06 ist die pläne du bist ja ich muss morgen zu achte raus auf war sogar schon sieben ich habe auch fett aus bis 11 Uhr doch dann er muss online kommen die Stimmung geht es an der Typ da ganz am Tag muss morgen 80 Zeitungen austragen Fettbecker oder in der Nähe der Typ in der Noten 11 Uhr steht Achso ja bis Sonntagabend es sollte er vor ein Fehler für die ganze Zeit ja bis Sonntagabend er was für eine Scheiße ist die Einbrecherin oder was Alteke kann Bock mehr Jungen es ist die Einbrecherin einbrecher Mikro ganz so leute ist verabschieden mit der Fonds wie sie dann wird es war gewesen und heute und schönes Leand Schlafworte Worte Worte das ist ein heiß ok ne äh das Wort hat auch eine muss jetzt an das Wort hat auch nicht aufmer hoch ja so war mir kann man sich Teilzeitjob als PaySafe Karten Spender gar nicht Spaß guck ich meine sich voll spul aus wer entwickelt so eine scheiße Jockstück alter ich ne hab kein Bock mehr gleich ich würde sagen gestoppten jetzt gleich mit Eis voll danach reden wir nur noch alter ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke Junge guck ich spiel doch mal an alter bitte mach Enten bitte mach Sackface Sportschule Duo kommt online ja mann ja mann auf jeden Fall ich geh jetzt erst mir fressen hier schluck alter komm hier schluck alter um nur noch ist geil ne wir haben uns jetzt geschluckt digga auch geil mann und hier schluck weiter ja wo ist halt geschluckt Sport auf online meine scheiße noch ein lied das macht leute nicht die katze spiel ich habe keine ahnung ich habe auch wie schreib ich bei uns an ich heißt da gehen auch kein bock zu faul ist mir leid ich kann es mir nicht mehr geben fahr kann keine motis verschiebt okay sieben minuten beruhigungs wir haben ein leben ist zerstört kannst du please die stapel 3 von heiß gut beenden nein leon das ist schon wieder passiert leon 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 das ist schon wieder passiert und das ist die oder nein leon das ist passiert das geht doch nur jeden dienstag foxcraft die folgen werden es dann in deutschland verließ und hauscht noch leute ich magst du fernkort ja wenn ich nur mal gekriegt alle das gold das hat jetzt wort von neben montag gehen wird andere zum beispiel noch was und ich werde vielleicht erst als reich wenn es überschätzt bei einem ist abgeschlossen habt dass ihr die bar habt ihr kommt seiner Wenn ihr schaboniert habt, oder was so. Habt euch ein Anime aus... Da wird abgestimmt. Ne, ihr dürft euch ein Anime ausruhen, wird abgestimmt. Halt es mau mit deiner Fremdwerbung endlich. Weiß? Niemand juckt deinen Kanal. Ich bin hier der Famer. Von wem bist du so wieder der Fame geworden, hä? Ja, durch dich, aber es ist ein anderes... Es ist ein anderes Thema. Kommt grad der Typ, wo ich 80 Abonnenten hatte und die haben fast 50. Ja, ich heiße, wenn es das so wie auf YouTube ist, meine ich, C666. Ich hab' dir fast hier im Video verlinkt. Das ist auch glück. Das ist das Maul. Ich hab' keine Abos, das macht man nicht, weil verdient sich welche. Was beruhigt Allah? Simi, was haben wir früher gemacht, wo ich immer gespielt hat, hat er abonnenten. Simi, wie er abonnenten, hat er abonnenten. Ja, abonnenten, hat er abonnenten. Ja, abonniert jetzt, Präckwettler, das gibt das Maul. Jetzt pisst dich endlich. Kannst du mal, warte. Nee, ist was zu überleben, ist was? Dein Witten, noch. Pistig, hab dich lieb. Ich war selbst. Schlafgut leer und freuiver, schönes und feil immer ins Fettchen kein Gemüse. Ok Ok Da sagt Jimmy muss bei einer als Olli, das kann ich nicht Nein, nicht, nicht anspulen Ok, Jimmy, bis morgen Bis morgen Ist er weg? Ah, Jungs, er ist weg, er hat Frieden Deutschland in Krieg gewonnen, Alter Oh, mein Gott, Alter Hast du ihn lieb, gib ihn einen Kuss, Alter, in die Fressung Ja, Mann Das Spiel ist absolut krank, Gerda, Mann, der Pedo ist weg, Alter Abonniert, abonniert ihn nicht, wahrscheinlich guckt er zu längst, jetzt zu holen sollen Falls ihr SAO sehen wollt, abonniert ihn, freut's nicht, bleib bei mir Mhhh Er hatte ich schon Side Strikes Meldet ihr mal, wenn er drei Strikes bekommt, jetzt go Schraub dich ein paar Inst und gibt Nummer Ok Ich hol's mein Tablet hier Auch Fancalls Ich hör' mein Tablet Eh... Mon, fuck, ich hätte nie vor, ihn zu abonnieren Leut, nice Ich bin zu geiler für Youtube, ich weiß ich wollte insta über folge erst mal erst mal am start ja man betrieb ist krasser typ aber bei gp schaub ok ok in einer minute ich ja jetzt mal gucken Klick auf New Game, äh ne Not Game ist hier meins, 3 Stunden Ja ok, das war's jetzt hier mit meinem Stream Wir haben heute echt viel erlebt Wir haben gesehen Wir haben gesehen Wie verrückt die Welt ist Dass es auch ein Entenvirus gibt Wir haben gesehen, dass es viele MLG Ja man, mach statt wer es kommt auf MLG, let's go Wir haben heute gelernt, was MLG bedeutet Wir haben heute gesehen, dass Es Drogen gibt Auch bei Mädchen Ich denke mal, ich tue morgen abends streamen Pukiloki Und ja Wir haben zu viel erlebt Wir haben gesehen, wie man Leute rein stoppen kann Alles Und ja, ich berg mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Aber zum Schluss hätte ich nochmal eine Banane fertig Raum Okay Kinder Die Welt ist böse Was ich mir vorstellen, hier geht's auf dem Spielplatz Und auf einmal kommt so ein Typ und rammelt euch von hinten durch, Alter Fände ich echt nicht geil, dass mir passieren würde Also jetzt mal ehrlich Jetzt würde ich einfach so kickt und danach brauche ich so richtig krass durchrammeln, Alter Das würde ich dir von halten, ne Fände ich persönlich echt nicht geil Segen Pass auf euch auf Und immer schön heiß gut schauen, ne Sonntag Attack on Titan, deutsches Synchro Nice Und ja Bis zum nächsten Mal Ich bin Pedobear Und tschüss